Die Minen von Moria Ok, Junge Gegen die... Flamme von Odun Machst du deine Special Fakten damit ich sehen kann wie passiert Ich hab so einen komischen Blitz den ich schieße Echt? Ja Na ist nicht schlecht Mach 10 Schaden, wieso nicht? Mach noch Zeit mal Oh, auch cool Feuerst du auch so was? Ich feuer so, das ist so ein Projektil Ach die Magie fühlt sich aber schnell wieder auf Ja? Ja, ja Du kannst eigentlich dauerhaft so schießen Fuck Ja, die fühlt sich schnell auf Du kannst ja immer 2 schießen So mag ich das, muss das für ein Action Spiel auch sein Auf jeden Definitiv Definitiv Da Da In die Fresse Bam in die Fresse Bam, richtig in die Fresse Ich hab letztens wieder, was ich letztens wieder mal entdeckt hab auf Youtube Waren die Epic Rap Battles of History Die hatte ich ewig nicht geguckt Rap Battles of History Kennst du nicht die Epic Rap Battles of History Die sind so gut zum Teil Eminem ging hier drinnen rein Also das Beste was ich mit Abstand seit langem gesehen hatte war Bruce Lee gegen Clint Eastwood So ein Rap Battle, es war so lustig Angela Merkel und so Aber auch Bill Gates gegen Steve Jobs Sehr sehr lustig Sehr geil Barg im Spiel, gehen die weiter Scheiß Spiel Mach ich den fertig mit meiner Zauber Meiner Zauber Okay, ich fahr jetzt direkt meinen Aber wir hatten den grad so gut Hatten den auch grad so gut Scheiße Aber wir den bashen die direkt Wechselst du nicht Okay, nicht in die Kacke fallen Nicht in die Kacke fallen Das ist praktisch, haben wir wieder eine Lebensweisheit rausgefahren Nicht in die Kacke fallen Das ist jetzt, ist das Pendant zu Ist keinen Gelben Schnee Okay, ich bin schon wieder fast down Ich sollte irgendwie echt drauf achten, dass ich nicht getroffen werde Angriff ist die Beste verteidigung Alter, alle drei Projektile voll vorbeigesen Alter, alle drei Projektile voll vorbeigesen Ich hab mit allen getroffen Eis, Attacke Eis der Liebe Mutter Bring die Engels Kinder Das war so geil Das war so awesome Nein, ich bin down, Leute, tut mir leid Aber er ist schon auf der Hälfte, macht ihm Platz Macht ihm Platz, macht ihm Platz Hilf mir, hilf mir, hilf mir Scheiße, was ich leben musste, hilf mir Ja Das Wichtigste ist eine Apokalypse, dass ich überlebe Alter Wieso gehen meine Projektile voll? Man kann die Zunge geblocken, hab ich gerade festgestellt Mit ganz normal Verteidiger Ich hab's gerade gar nicht geschafft, ja Okay, ich bin vergiftet worden wieder mal Und bin jetzt gleich tot Ich sag's nicht, ey Ich bin auch tot Ganz links Okay, ich bin down Ja gut, dass du erstmal ihn holst Sehr weise Vorne kommen die Fledermäuse Nee, das ist eine Superidee Ja, wenn vorne die Fledermäuse kommen Können wir mich holen Hä? Komm hier hin, komm hier hin Oh Gott, diese Behinderten Hurensohn Fledermäuse Behinder Alter, du bist gleich da Ja, ich Oh fuck Ey, nee, oder? Ich glaube, wenn einer stirbt Ihr solltet's einfach lassen Dann macht ihr das einfach alleine weiter Wenn ich krepiere Ich bin immer am sterben Das war echt kacke Das Problem ist, dass man nur einmal von der Zunge getroffen werden muss Oh mein Gott Und ist meistens schon fast wieder halb down, ey Okay, hol du den Da mal weg Fuck Mach dir weh mal Verweil Mach einmal wöbel Verweil Verkümmel Scheiße Jam Okay, gut Wir gucken auf jeder, wie sich fokussiert Auf mich Okay, geh hol ihn, geh hol ihn Gerade so, Junge Gerade so Oh Alter Bam, bam, bam Eis Ah fuck Scheiß Viecher, ey Ich werde mich jetzt ein bisschen so am Eingang postieren Okay, ich werde mich jetzt ein bisschen so am Eingang postieren Und dann mache ich einfach die Fledermäuse Ich werde dich hier raus Und komm Okay, man kann's verteidigen Ja Aber wie Mit Mit normal Mit Schultern Mit der linken Ja Ah fuck Ich bin schon wieder down Species, new combo Die hab ich schon längst Ich bin down Mach mich mal wieder Nee, der kommt auf mich Lauf du Mach mich trotzdem noch wieder heil Danke Bitte Das ist ja krass Vielen Dank nochmal Aber er liebt mich jetzt Ich hab schon wieder ein Viech bekommen Ich hab jetzt zwei Du hast zwei? Nee, ich hab ihn jetzt bekommen Die kleine Fledermaus Anstatt mein Fuckviech Was nicht kann Okay Aber wie du einfach mal Drei mal so viel gekillt hast Ey, alter Ich glaube Das geht alles auf die Fledermäuse Können das sein? Ja, ja Aber Dom hat irgendwie mit absolut am meisten Geld Weil ich grad schnell so reingerammt bin Ah, alles eingesammelt Junge Wie so ein Jude So ein Jude Boah, und ich darf nicht aufleveln Ist das unfair Äh, was nehmen wir denn? Strength auf jeden Fall Und Defense Ich mach diesmal bis auf jeden Fall Defense Ja, Defense Ist eigentlich das Erste Was ich machen Eigentlich das Erste Was man machen muss Lange ausreißen und dann Immer richtig die Defense Sollen wir mal zurück nach Hause gerade? Return Home Ja, kann man machen Ähm Ne, ich mach halt normalerweise Also Ja, dann Unkassen Ich will die Olli nur mal gerade fragen Was das mit den Tieren auf sich hat Ich auch Äh Ne, Moment Ich glaube wir müssen Zurück Ich glaube wir müssen Ah 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 I can teach you basic of combat I can tell you now to use your magic About animals Animal orbs provide various bonuses and enhancements Ah ja If you befriend an animal orbs in the wild They will loyally follow you Ah ja No fucking shit Bitch Okay, das heißt die geben uns irgendwelche Skill Skill Schlafen Ich will aber noch ein bisschen üben Okay Dann übe noch ein bisschen Ich helfe dir Oh ich mach mal hier von hinten die Magic Oh ich hab's gelernt Oh ich hab alles gelernt Bam Oh ich hab alles gelernt Aber Magic find ich geil eigentlich Guck mal Ich bin gespannt Was kann der der Domme wohl an Magic? Hast du schon Magic Domme? Was kann der wohl an Magic? Was kann der wohl? Was kann der wohl nie rauskriegen? Hier guck mal der Uppercut Ich hasse Magic Oh Oh Keine Junge Mit Präzision ins Ziel bringen Oh das ist echt geil Komm ich will einen Wettbewerb machen Wer am geilsten möchte Oh stimmt Oh ich Ich triff gar nicht Ich triff gar nicht Uh Ist das geil 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 Machen wir nur einen Level Löffel Noch einen Löffel? Ja das ist halt die Frage Machen wir noch einen Löffel Machen wir noch einen Löffel? Weiß ich nicht Doch oder? Mach mal ausnahmsweise mal eineinhalb Stunden auf Statt immer nur eine Stunde Okay Jungs wir machen noch ein Level Okay Noch ein Level Genug trainiert Ähm Müssen wir jetzt wieder laufen Oder können wir zur Map zurück Weiß ich nicht Wo gibt's denn eine Map? Ich hab keine Ahnung Map Map Oh nein hier sind wieder Gegner Äh Jetzt mal hier durchkämpfen Ne Können wir irgendwie Start oder? Ja soll ich mal Start drücken? Soll ich mal Start Okay Machen wir mal weg Machen wir mal weg Machen wir mal weg Machen wir mal weg Nicht How to play Junge drücke B Oh Als ob man mit einfach nur Select drücken nicht wieder rauskommt Ich bin verwirrt Junge Ich will nämlich hier nicht mal wieder wegkämpfen Ist doch doof Okay weiter geht's Kämpfen wir uns aus Wir machen die Jungs jetzt Ohhhh Eingefroren Ja ich weiß Ich weiß Wüsste ich nicht dass das was kann Ich kann das Ja Ich bin Mac Awesome Was da los da rein? Ich kann bestimmt irgendeine Pflanzen attacke oder Ja Besamung Grün und so Oh ich glaub ich koch mit 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 Ne das ist minus 1 Stärke und plus 1 Agilität Wie kann ich das denn Ich koch mit Ich koch mit So jetzt willst du den mit B aus Wenn du das nochmal drückst will das wieder den D Ja ja aber bei mir ist das der Rechte und nicht der Linke Ja gibt es beiden Junge Ne eben nicht Doch Ja weil der Linke kaputt ist mit deinem Controller Stimmt dein Linker ist kaputt Gut Stell dir mal vor ich hätte dich jetzt gebraucht Junge Ja deshalb reden wir ja vorher über sowas Ne da können wir ja noch nicht Gehen wir da hoch Was ist hier? Keine Ahnung Ich glaub da waren wir schon Keine Ahnung Der Fluss da Der Fluss entlang Hei 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 Floweryfield Ja machen wir die Fabrik Industrial Castle Industrial Castle Kastle Kastle Kastlett Machen wir den Platz hier Junge Piss dich Oh Gott ich koch und ich rette dich Das war irgendwie Haha Was ist der denn auch? He 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 Prinz Trump You are Willkommen glaube ich noch nicht rein oder? You are Biefi Wir sind nicht biefi genug Leute Ich bin Well I am William Nein I'm a leg I have a weird bone Das beste was ich in der Äh das beste Das beste den besten Spruch Von Dommel In der Fight Night War I'm a gaybox Ich hab mir zwei Millionen angeguckt Nur wie der ganze I'm a gaybox schreit Die ganze Zeit 5000 Tonnen Das war ein Tribute An Kai An Panem Tribute von Panem Tribute von Panem Tribute von Panem Ich hab auch mal bei mir zuhause FightNacht gemacht Mit ein paar Leuten FightNacht gemacht Aber da haben wir schon Die Welten recht auf den Namen Ist ja klar Du darfst es nicht FightNacht Du darfst es FightNacht nicht FightNacht Du darfst es Keilerei nennen Ich hab schon überlegt Eigentlich müssten wir alle so Night 1 2 3 bei Ist das Keilerei Ne 3 3 3 So zum Beispiel 1 2 Keilerei Ne 3 3 3 bei Wir müssten die alle so Ja doch mal wir hören dir zu FightNight Mittwochs kommt Die PrideNight Das ist jetzt die Night Night Okay die Idee war Bis du Night Night gesagt hast Irgendwie nicht so toll Und dann fand ich es echt awesome Hä Night 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 Ja das fand ich dann richtig lustig Ja das kannst du voll ausbauen PrideNight Night Night Ja und dann Für all die anderen Games GuideNight Night GuideNight WhiteNight WhiteNight Stell mir vor wir spielen Geese of WarNight Das passt bei allem Alter Alter das funktioniert Es geht immer Also wenn ihr das Video jetzt seht dann haben wir da auf jeden Fall das Recht zu das Patent drauf Und wenn ihr das macht verklammelt die Scheiße aus Okay der Sprung Okay ich bin da Ich bin da rein Ja drück X NINJA I'm a ninja I'm a gaybox He sticks the landing Sehr langweilig wie ihr da rüberspringt ey Dann musst du es denn Zeig mal Du schoss nicht mehr da rein Awesome Guck mal ich bin viel weiter geflogen als ihr im Crossarm Außen Achieve mir dann Maximum Firepower Haben wir gerade ernsthaft das Hat das jetzt nur der Dommel gekriegt oder nur du? Ja ich hab das nur gekriegt weil ich Außen mit Weil ich Maximum Firepower gekriegt hab und ihr war das nicht geschafft davon Das ist das liegt daran weil ich Außen bin Das ist geil Außen zu sehen Das ist eine Würde Hast du davon gelesen oder was? Ja Ja Läserschwerte 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 Das klingt eher wie das Pottrennen Das klingt eher wie das Pottrennen